Was? Wobei, ich schau dich drauf. Bader, wir probieren heute noch ein bisschen Eisen. Ja, da sausen wir. Zurückkehren. Wann dir? Ja, der war doch. Der fester Nebelschleier. Weiter hinten. Schauen wir doch mal nach, oder wie? Einmal gerade da sind. Hallo Freunde, ich bin's. Der Baselkater. Seid ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Ja man, auch. Eigentlich würde ich rum plaudern. Leilas Huskal, möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Wo gehen du hin? Willkommen in Rifton. Na da hinten. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es? Sachen? Was für Sachen? Lasst mich mal sehen. Hm. Ich weiß ja nicht, wie ihr es geschafft habt. Aber das sind genau die Sachen, die ich für meine nächste Versuchsreihe benötige. Wunderbar. Nun, dann erlaubt mir wenigstens, euch für eure verblüffende Voraussicht zu belohnen. Belohnen. Achso. Der Lef für den Steig. Ja gut. Spruchrollen. Ja gut. Von denen ist es schon gut. Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Babe, hat du Eisen? So passt doch auf. Oder so? Auch nicht, oder? Man ist ja eine Zauberin. Oder warte mal. Hat du Feuer, sollte? Bitte verzeiht meine Unordnung. Aber ich verstehe nichts. Aber ich stecke mitten in einer äußerst störungsanfälligen Versuchsreihe. Ich habe kein Problem mit... Ich weiß ja gar nicht. Wenn wir jetzt statt Eisendolche andere Sachen basteln, gehen die mehr Erfahrungspunkte? Da müsste man einfach deine Mini ausrauben. Oder so. Warte mal, ich weißlauf. Hey, neuer Morgen im Weichlauf. 355, ich sehe das. Haben wir schon besser geworden. Oh, warte mal. Kommt nicht so gut aus. Ja, zu ihm die Zeit. Ja, besser auf mein gepriesenes Heim. Da werde ich mal. Muss zwischenlagern. Die Redekunst. Schalltreff. Na, warte mal. Oblegen haben wir gesagt. Die Elfen-Panzern-Schuhe. 20. Rackot. Legen wir ab. Na gut. Wieder ein bisschen was eingespart. Deshalb werden wir aber suchen. Da drin liegt es. In der Küsten. Da füllen wir es wieder. Da füllen wir es wieder. Ich meine, ich will klauen, oder? Das ist gut. Typisch. Mir wurscht. Scheiße. Das ist mir da zu. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Na bloß nicht. Das ist eine gute Tat des Tages. Das ist mein ich, Baby. Scheiße, keine Sau da. Lagerstehender Strom. Da war doch irgendwo eine Mine, oder? Ich habe mich recht erinnert. Stabandsgrab. War das das da? Oder war es weiter hinten? Ich weiß gar nicht mehr. Kannst du schwören, da war irgendwo eine Mine, oder? Boom. Da meine Banditen. Schick' ich mir eh meine. Der Rambo macht das. Oh, da hinten los. Stoppe und weg. Banditenschlachten. So, dann pflücken wir den Zauber um die Ohren. Ich brünne. Ein bisschen. Seid ein bisschen mehr. Nein, Mann. Zaubern. So, die Herstellung haben wir auch ausgebaut. Komm, ich habe noch da. Und? Wie ist er mit? Ach so, der Maul hat uns schon aufgeräumt. Oh. Oh, meine Kattenbruder. Ich werde da feilen, wenn ich brauche ich nicht mehr, oder? Und ich habe nur ein Gurbasselt. Lägt das eine Mini, oder? Und wenn ich mich recht entzündet, dann haben die Eisen gehabt, oder aber Silber. Grüß Gott, ich bin's. So, lieber gut. Ich habe voll schreckt den Kopf verloren. So, einen Rüssel, den brauche ich nicht. Ich habe meinen eigenen Rüssel. Eisenherz, jawohl. Babe, wir bauen ab. Da auch noch ein bisschen. Und das Erz werden wir dann umwandeln. Weiter, wir sind da, werde ich gleich wieder überlauten. Wir haben die Diten. Ich bin gleich. Die Klubfkronung, wie schnell das Eisen aus der Mauer. Jäger, haben wir gleich. So, die Hülle. Mann, für eine Meta-Lose, das wirkt. Mehr habt ihr nicht drauf. Sonst, ich trinke noch, Spongy. Hey, du siehst ja. So, ich wegzugehen. Eisenherz. Komm, rund umherz. Ich will ich gar nicht. Nimm mich dort mit. Und wenn ich gerade verschirbeln muss. Schaut denn aus. 366. Geht noch. Ich dusche ja. Ich meine, ich habe mich vergissen beim letzten Mal. Boom, wo ist das Eisen? Da ist was. Demo bin ich gerade auf Eisenschorf. Ich meine, das pressiert ja nicht. In Skyrim läuft da nichts davon. So eine... Tolle. Tolle. Au. War ein Ausstritt. Das war schon alles. Wirklich? Schmieden. Schmieden. Kann ich das auch schmelzen? Nein, nicht gut. Den Schmelzofen haben die nicht. Aber, warte mal. Wir sollten... ...das umwandeln. Da auch ein bisschen. Na, warte mal. Nicht horzen. Schaut das. Das Eisenerz in Gold ist umgewandelt. Der Mann bringt mich ein. Kann da allerdings ein bisschen dauern. Pass auf. In der Zwischenzeit könnte man ein bisschen umeinander laufen. Wo muss ich denn hin? Ja, wir könnten eigentlich, warte mal. Wir wollten ja beim letzten Mal bei der Dämmerwacht vorbeischauen. Da habe ich gerade den Weg nicht gefunden. Die weit da hinten, gell? Haus Schwarztorren. Die probieren wir noch mal. Das hätte ich sagen. Und wenn man auf dem Weg zur Dämmerwacht... ...dann wir ein bisschen zaubern. Das hätte es... Eine Beschäftigung für zwischendurch. Damit es auch nicht langweilig wird. Der Weg zur Dämmerwacht. Gut. Ich hätte erschweren können. Das ist der Weg da. Beim nächsten Mal bin ich gerade beim Tummelmelang gelaufen. Die Dämmerwacht. Was ist ich nicht da? Die kenny in der Magendämmerung.